Time to play the game. Time to play the game. Time to play the game. Hallo Freunde, ich bin auch mal von Willkommen zu einer weiteren Folge von 50 Jerome, Britannien und ich starte das Spiel. Seid gegrüßt, Konsul. All meine Hoffnungen und Träume sind mit euch. Als alter, sterbender Kaiser ist mein letzter Wunsch eine Stadt, anhand derer man meiner gedenkt. Die Siedlung Londinium am fruchtbaren Ufer ihres breiten Flusses bietet diese Gelegenheit. Sie besitzt das Potenzial eines neuen Roms im Norden, eines Machtzentrums des Handels, eines strategischen Kolosses, der die Region über Jahre schützen wird. Mein Vermächtnis für das Reich. Es liegt an euch, mein Freund, meine Stadt zu bauen. Ich weiß, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Ja, Freunde, das versuchen wir, die Stadt zu bauen. Das mächtige Raum soll wachsen. Bevölkerungswert müssen wir erreichen, und zwar 20.000. Dann zählen wir uns wert, brauchen wir 95 und 5 Palate. Wir starten mal. Awe Stadthalter, wo sollen wir den Stadtkern errichten? Ja, ich posiere mal, weil ich gucke gerade die Möpfe an. Ja, also ich schaue mal, wo wir am besten anfangen. Denn, Freunde, wir sind mal besitzt die, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Also, ich kann nicht sagen, dass die schlecht ist. Also, hier zum Beispiel wäre der Platz für den Bau von unserem Stadtkern. Also, da wäre der richtige Platz. Das ist nur in Japan. Ja, bauen wir es hier. Ich weiß nicht, ob das nicht... Stadthalter, Immigranten erreichen die Stadt. Das finde ich alle super. Nur, Freunde, und jetzt kommt... Mit dem Wasser weiß ich nicht, wie ich das alles einrichten soll. Ja, ich kann dieser... Bauvorhaben von mir. Und normalerweise baue ich es immer oben. So. Gönnt mir einen Dena für einen Becher Wasser. Ja, warte, 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 mein Freund. Du wirst frei sein. So. Äh, ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich mit dem Wasser... Mache, ja, also... Hier gibt es kein Oben und kein Wasser. Nur hier unten. Und das bedeutet, entweder... Wir bauen erst mal, wie immer, mit dem, äh, ja, Brunnen. Erst mal. Aber wir werden sowieso später... eigentlich... das brauchen. Deswegen will ich lieber gleich... machen. So. 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 4, 1, 5, 5, 6, 6, 8, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 16, 12, 15, 15, Sonst bauen wir sich total umweg und das wird uns noch halt Zeit vorgehen. Die Zufriedenheit in der Stadt sinkt. Wieso denn das? Ach, hier an die Geldern. Und die Sache an Jacken. So, dann bauen wir ein Hau, ein Reichen. Erstmal. Oh ja, machen wir weiter. Und mit dem Wasser, wie gesagt, machen wir jetzt so, dass das nicht stört. Ein solcher Baubolden da. Und irgendwo platzieren wir unsere Wasseranlage. Und werden nicht das gerade eingebaut. Stadthalter. Unsere Geldmittel sind fast erschöpft. Aber Stadthalter, was wünscht ihr uns? Unzureichende Mittel für die Forschung. Versuchen wir das nicht. Ich muss mir überlegen, wo unsere Absolution an den Gleichstein. Für die Unmustion. Und so ein bisschen. Weil ich mich gerne mache. Gute Neuigkeiten Stadthalter. Der Senat hat uns ein Darlehen gewährt. Ja. Nicht schön. Aber gut. Herr Deutsch. Wenn wir hier ja ja Produktionsgebäude das gleich Produktionsgebäude das heißt das Problem. Ja. Ja. Ich mach mal hier. So. Erstmal das Gleich. Erstmal drei Reichen. Dann Was brauchen wir noch? Die brauchen das hier. Das ist unser Staat. Die brauchen Obst und Holz. Und wir haben noch einen Stad, wir können zweimal verkaufen, und... ...tunig nicht. Ja, ja. Dann, ich habe gesagt, ich habe noch einen Stad, ich habe gesagt, ich habe noch einen Stad, ich habe noch einen Stad, ich habe noch einen Stad, ich habe noch einen Stad. Ich habe noch einen Stad, 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 Die Zufriedenheit in der Stadt steigt. Ja, das ist gut. So, äh... Ja, die drei werden jetzt hier dann gebaut. Holz wird hier abgebaut. Und dann, die Brüte, hier, die Brüte, dann, die Brüte, hier, die Brüte. Hier, 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 die Brüte, hier, die Viehzucht wurde erforscht. Aber Stadthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Ich habe noch einen Stad, hier, 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 zum Verkauf, zum Verkauf, zum Verkauf. Äh... Wir machen am Anfang halt das, was wir halt brauchen. Ja, also, Holz, so weiter, da kommt nichts auf Holz rein. Dann hier werden wir kultiproduktion bauen. 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 Ja, es soll rauskommen. Stadthalter, die Nahrungsspeicher der Stadt sind jetzt leer. So, jetzt mach mal Sian zum Nahrungunterschrauben. So, jetzt muss ich mal gucken. Du kaufst Holz ab. Und Obst haben wir noch nicht. Aber Holz kannst du haben. Und zwar, wo ist das verdammter? Diesen Treiber. So, Holz verkaufen. Ja, so 50 reicht. Die Mathematik wurde erforscht. Wir machen noch einen. So, drei reichen. Doch nicht. So, hier. Gleicher. Ja. Dann werden wir noch etwas brauchen. Und zwar schon ein bisschen brauchen. Erstmal, ähm, Tisha. Tisha, Tisha, Tisha. So. 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 Malch. Was ich gebaut. Das geht best. Ja, deswegen habe ich ja so viel Holz gebaut. Weil, da braucht man überall Holz. So, dann. Das kommt. So. Dann. Ich glaube wir brauchen noch mehr Holz und können uns hier noch einen Holzfäder bauen. Weil da braucht man echt viel Holz, können wir jetzt mal das Holz verkaufen. Ich glaube wir brauchen noch mehr Holzfäder. Ich glaube wir freuen uns, dass ich das Wasser nicht habe. Freunde ich gucke gerade auf die Ohren und wir sind fast am Ende unserer Zeit. Aber Stadthalter, was wünscht ihr nun zu erforschen? Ich hoffe diese Folge hat euch gefallen. Ja in dieser Folge gab es nicht sehr viel zu sehen. Aber das ist halt immer so bei Anfang von der Mission, wo wir eine neue Mission aufbauen. Aber wie gesagt, wir werden uns in der nächsten Folge sehen, die das treffen. Und dann kommen wir zu dem weiteren Bau von diesem Staat hier. Wir können mal die Ration am Ende noch erhöhen. Und ja Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.